Juli 2021. Gegenüber dem Eiffelturm wirbt Paris für sich als kommende Olympiastadt, überträgt live die Olympischen Spiele aus Tokio und heißt die aus Japan heimkehrenden Sportler willkommen. Besonders eine junge Frau fesselt die Aufmerksamkeit der Journalisten. Masoma Alisada ist eine 24-jährige Radsportlerin aus Afghanistan, die als Flüchtling in Frankreich lebt. In Tokio trat sie an für das Olympia-Flüchtlingsteam. Masoma betritt die Bühne mit ihrem Trainer Thierry Communal. Ihm hat sie ihr olympisches Abenteuer zu verdanken. Wie hat es diese junge Frau, eine Angehörige der Minderheit der Hasara, geschafft? Die Geschichte beginnt im November 2015 in Kabul. Damals drehen wir eine Reportage über das afghanische Radrennteam. Eine kleine Gruppe junger Frauen, die wir, die kleinen Königinnen von Kabul taufen, mit Masoma als ihrer größten Hoffnung. Trainer dieses Teams ist Sadik Sadiki, ein ehemaliger Radsport-Champion. Masoma war 18, ihre Schwester Sarah 17 und sie sprachen noch kein Wort Französisch. Wir zeigten die Schwierigkeiten des Teams, das quer durch Kabul zu seinem Trainingsareal fuhr. Und wie sie angefeindet wurden in dieser von den Taliban vergifteten Gesellschaft. Doch vor allem ging es um die Hoffnung, um Ausdauer, die Sehnsucht dieser jungen Frau nach Emanzipation durch den Sport. Und wie sie sich in der Tatort schlange haben, was sie in der Tatort gekommen sind? Ich bin ein sehr guter Mann, was sie in der Tatort gekommen sind. Ich bin ein sehr guter Mann. Ich bin ein sehr guter Mann. Ich bin ein sehr guter Mann. Mai 2016. Albi, im Südwesten Frankreichs. Dieses Rennen bietet Massoma auch die Gelegenheit, ihre Botschaft zu verkünden. Sie wollen die Führung der anderen Frauen in Afghanistan sein, weil sie auch die Gelegenheit haben. Bravo! Bravo, danke. 5, 4, 3, 2, 1, fertig! Ahnen Sie schon an dieser Startlinie, dass sich Ihr Leben von nun an ändern wird? Denn unter den Teilnehmern sind zwei passionierte Radfahrer. Patrick Communal, der hier filmt, und sein Sohn Thierry, der Massomas Traum von Olympia wahrmachen wird. Seit der Reportage stehen sie mit ihr in Kontakt und sind nun extra aus Lille gekommen, um sie kennenzulernen. Zum ersten Mal fährt Massoma 97 Kilometer. An jenem Tag nimmt Thierry sie unter seine Fittiche und bringt sie ins Ziel. Ich habe sie mit dem Platz, weil sie in der zweiten Klasse gemacht haben, weil sie in der zweiten Klasse gemacht haben. Und sie hat eine kleine Nachfrage gemacht. Sie war mit dem Anbassadeur der Afghanistan-Afghanistan, die sie verraten sind. Und wenn sie mit meinem Vater und ich kamen, sie kamen, sie kamen und sie kamen mit uns. Sie haben eine Stunde mit uns gesucht. Ich denke, das ist wirklich das Ziel. Ich habe eine sehr schöne Bildung. Magische Augenblicke, jedoch von kurzer Dauer für die Mädchen, die einige Tage später wieder zurückkehren nach Afghanistan. Dort werden die Provinzen immer härter umkämpft. Die Taliban sind auf dem Vormarsch. In Kabul verbreiten Anschläge Angst und Schrecken. Am 20. Juni, einige Tage nach ihrer Rückkehr, sterben bei drei Anschlägen 25 Menschen. Tief in Sorge spricht Thierry mit seinem Vater Patrick, der versucht, sie nach Frankreich zu holen. Sie haben einen Versuch für die France gestellt. Und dann, drei, vier Tage später, sie haben einen Versuch des Versuches. Ich habe gesagt, wir müssen uns da, wir werden uns schon bemerken. Wir werden bereits die Verkaufsgeräte zurückgelegt. Ich habe die Kommission auf Nantes gefangen, auf den Versuchung des Visas gefangen. Und ich habe einen Jobbying-Lobbying-Lobbying-Lobbysen. Und dann gibt es diese Parlemente, einige haben sie reagiert und sie haben den Innenministerium gefordert. Und dann, das 8 Juni, das 8 März war, das war eine Jurystin symbolisch, April 2017. Patrick hat Visa für die ganze Familie Alisada erhalten, sieben Personen. Die beiden Schwestern, ihre drei Brüder und ihre Eltern. Ich finde es gut, dass Masuma eine junge Frau, die die ganze Familie in Exil bringt. Sie hat alles gestartet. Sie hat alles gestartet. Sie hat alles gestartet und sie hat alles gestartet mit mir. Sie hat alles gestartet und die ganze Familie gestartet. Das ist sehr impressionant. Untergebracht werden sie in Gehenno, einem prötonischen Dorf. Alle dort wollen helfen. Und da, der ganze Familie hat sich gemacht. Wir waren in den Kälimenten. Die Leute haben zu machen. Ja, wir haben 26 Hals gefeiert. Es gibt eine Kälfte, die in den Hals gefeiert ist, die 10 Kilometer weit entfernt. Wir haben 26 Hals gefeiert, mit dem Koli, dem Ries, die Pâtes. Ja, die Leute sind nicht so gut. Hallo, wie geht es dir? Schön zu treffen. Hallo, willkommen in Frankreich. Nun sind es noch fünf Stunden bis in die Bretagne. Das ist eine große Region, eine Provinz. Hast du den Seaside gesehen? Ich habe es nur in Bahrain gesehen. Nein. Die anderen Mitglieder der Familie? Nein. Alle sind müde, denn die Reise war lang. Verpasste Anschlüsse, weil eine Airline ihnen in Dubai den Weiterflug verweigerte, mit der Begründung, sie hätten nur einen Hinflug. Zwei Tage hat ihre Anreise gedauert. Das Haus gehört Thierry, der es ihnen überlässt. Das Haus gehört. Wow, das ist so großartig. Die Nachbar, die die Kacke bringen, willkommen. Wow, wir sind wirklich nett. Wir sind draußen, die Kacke bringen für Sie. Okay, wir sollten gehen für Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thank you. Merci. Thank you. Bonjour. Welcome. Thank you. Merci. Welcome. Merci. We are really glad to see you all and thank you for the flowers and everything that you bring in the house. Thanks. Bestens versorgt sieht die Familie ein. Das Glück hat ihnen auf ihrem Weg die beiden richtigen Förderer beiseite gestellt. Einen Radsporttrainer und Universitätsprofessor in Lille, der die Mädchen betreuen wird. Und der andere? Ein Anwalt im Ruhestand. Er wird die Familie bei ihrem Asylverfahren betreuen. Die Bedingungen könnten nicht besser sein. Und die Familie bedankt sich. Man hat Spaß zusammen. Eine erste Annäherung, erste gemeinsame Momente zweier Familien. Das ist ein Sieg. Was ist die Schule? Es ist sehr gut, dass wir uns nicht überlegen. Wir sind die Schule und die Familie hierher kommen und es ist sehr gut. Wir haben uns sehr viel die Angst vor den Tronsen gemacht. Wir haben einen Rundfunk an die Afghanistan-Ferranse-Fernseite. Vielen Dank. Trotz alledem bleibt es eine schwere Entscheidung, seine Heimat zu verlassen, um sicher leben zu können. Und da ist noch die Familie. Eine Schwester und ihre zwei Kinder blieben in Afghanistan. Für die Familie ist die Trennung sehr schmerzhaft. Doch die Entscheidung ist endgültig. Nun gilt es, sich ein neues Leben aufzubauen. Es beginnt mit der Erkundung ihres Gastlandes. I heard about Eiffel Tower more and more in television, internet, books. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Tag in front der Eiffel Tower mit Eiffel Tower wäre. Es ist wirklich unglaublich und unglaublich für mich, dass ich hier mit Eiffel Tower sehe. Dan Patrick hat Tickets für die Ankunft der Tour de France 2017 besorgt. Wenn ich sehe, dass viele Leute warten und sie wirklich gerne sehen, die Tour de France und die Riders sehen. Ich versuche, dass sie stark und wie diese Riders sind. Nach dem Sommer schreibt sich Massoma an der Universität Lille ein, wo sie Französisch lernt. Dort lebt sie alleine, in einem gemischten Wohnheim. In einem gemischten Wohnheim, in einem gemischten Wohnheim, in einem gemischten Wohnheim, in einem gemischten Wohnheim. Um ihre Botschaft zu verbreiten, gibt es keine bessere Bühne als die Olympischen Spiele. Die UCI ist der internationale Radsportverband mit Sitz in der Schweiz. Eine wichtige Organisation. Sie vertritt 197 nationale Verbände. Ihren Präsidenten, David Lapartien, berührt Massomas Geschichte. Er aktiviert sein Netzwerk. Ich finde, es ist natürlich ein wichtiges Spiel. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist auch sehr stark. Der Präsident der internationalen Räumen. Er wollte immer unterstützen die Flüchtlinge, in irgendwelchen Ländern. Wir haben eine Flüchtlinge. Wir haben versucht, dass die Flüchtlinge sein können. Er vermittelt Thierry an den Verantwortlichen des Fonds für Olympische Solidarität. Nach den Spielen in Rio haben sie dort ein olympisches Stipendienprogramm für Flüchtlingssportler aufgelegt. Das Verfahren ist lang, doch Thierry lässt nicht locker. Im Oktober 2019 wird Massoma Olympiastipendiatin. 1.500 Euro pro Monat für ihr Sportprojekt. Die Tür öffnet sich zu den Olympischen Spielen. Die Tür öffnet sich zu den Olympischen Spielen. zu erreichen, denn so weit ist sie noch nicht. 56 Olympiastipendiaten gibt es, nur 29 werden nach Tokio fliegen. Die Umstände gewähren ihnen einen Aufschub. Corona lähmt den Lauf der Welt. Die Olympischen Spiele 2020 werden verschoben. Mai 2021. Endspurt vor der Bekanntgabe der Qualifikationen. Masoma wird betreut von Jean-Jacques Henri, einem Coach am CMC, einem der besten Trainingszentren der Welt. Falls sie in die Auswahl kommt, wird Masoma im Zeitfahren antreten. 22 Kilometer rund um den Fuji. Es gibt viele Dinge, die mich in die Wettbewerbe betrifft. Hier lerne ich, und dann benutze ich es. 8. Juni 2021. Heute wird die Auswahl per Videokonferenz bekanntgegeben, am Sitz der UCI. Hallo, alle. Wir sind live in ein paar Minuten, also bitte nur auf Ihren Bild. Und jetzt ist es mein Privilege, die Athleten der IOC-Refugee Olympische Team in Tokio 2020. Kanu. Said Fazlula. Cycling. Masoma Alisada. Judo. Iw Brothers. Sandra Haldas. And you now enjoy you a little bit but not too long. Training is on. Yeah. Take care. Thank you. Bye. Bye-bye. It gave me a get-in. It gave me a really good fortune and it gave me a happy feeling because I didn't imagine that I could only get to the Olympics. Das war nur mein Geist, aber ich hatte keine Möglichkeit, bis ich bis zum Olympischen. Aber heute, wenn sie mir mein Name annonciert, wenn ich mein Name auf der Liste sehe, hat es mir sehr glücklich gemacht. Ich sehe, dass es nicht möglich ist. Alles ist möglich. – No, vielen Dank. – Vielen Dank. – Das ist eine sehr gute Nachricht für sie, für sein Land, für all diese Frauen, die von seiner Gemeinschaft sind. Sie wird ein Symbol für viele Menschen auf der Planeten werden. Einen Monat später bringt Jean-Jacques Massoma zum Zürcher Flughafen. Nach einigen Tagen Zwischenstopp in Katar geht es weiter nach Tokio. Freuen kann sie sich jedoch noch nicht. Massoma hat Angst. Bei ihrer Ankunft war sie erst 21. Sehr jung, wenn man sich um die ganze Familie kümmern muss, um die Verantwortung für deren Leben in Frankreich zu tragen. Doch als sie die anderen Mitglieder des Flüchtlingsteams trifft, ist alles vergessen. Badreddin Weiss, ein aus Syrien geflohener Radsportler. Und Luna Salomon, eine Sportschützin aus Eritrea. Schnell lernt man sich näher kennen. Masoma, die umgeben von Männern lebt, ist froh, eine Frau im Team zu haben. 19. Juli. Das zweite Flüchtlingsteam der Geschichte landet in Tokio. Thierry trifft Massoma bei der Zwischenlandung in Doha wieder. Das zweite Flüchtlingsteam der Zwischenlandung in Tokio. Heute, ich bin in Tokio. Und in ein paar Tage, ich werde auf den Jungs olympischen. Das ist wirklich ein Veränderung, von Afghanistan bis Tokio. Das ist unglaublich. Ich muss nicht in den Namen nennen. Für uns sind es die letzten Augenblicke mit ihnen in Tokio. Wegen der strikten Senderechte des IOC dürfen wir in den olympischen Bereichen von nun an nicht mehr drehen. Auch die Hygienemaßnahmen sind drastisch. Die Wettkämpfe finden ohne Publikum statt. Die Sportler werden in einem eigenen Bereich wohnen, getrennt von der Bevölkerung. Die Maßnahmen der Regierung sind eine Reaktion auf die vielen Demonstrationen von Teilen der Bevölkerung, die angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen beunruhigt ist, über die Ankunft von 11.000 Athleten und deren Betreuern. Immerhin gut 75.000 Menschen. 23. Juli. Am Abend der Eröffnungszeremonie freuen sich alle. Trotz der Verbote kommen einige hundert Menschen zum Nationalstadion, wo die Feier stattfinden soll. Im Stadion zieht das olympische Flüchtlingsteam ein. Als Symbol des olympischen Geistes. An zweiter Position, gleich hinter Griechenland. Masoma läuft ganz vorne mit. Für mich, das war der größten Moment der Eröffnungszeremonie. Es war wirklich etwas, was sich an internationalen, an internationalen, an internationalen, an internationalen, an internationalen und an der Willen der Nationen zu unterhaltenen, die Liebe und solidarität sind. Ich glaube, dass das olympische Flüchtlinge, für mich, das ist ein starkes Tempo für den Olympischen. Und so, zu sehen Masoma in dieser Ceremonie, für mich, das hat mich in den Augen. Das war ein sehr starker Moment. Ich glaube, dass die Kurs nicht besser war. Es war alles in der Kopf. Es hat ein bisschen Stress, aber nur positiv. Das war die erste Kurs, wo ich nicht wirklich Stress hatte. Ich hatte keinen Stress. Die anderen Kursen, mein Kursen, hat es noch... Auf den 500 mètres, es ist ein sehr starker Passage. Ich dachte mir, dass es sehr stark ist. Es gibt viele Publiken an diesem Ort. Es ist der Passage des spectateurs. Ich dachte mir, es ist der größte Raid. Es gibt viele Leute, die sie haben. Es gab viele Menschen, die sie haben. Ich dachte mir, wie es mein Name ist. Ich glaube, dass sie ein Reportage sieht. Ich weiß nicht. Ich habe gesehen, dass ein einziges Stimme ist. Das hat sich stimmiert. Ich glaube, dass sie viel Spaß macht. Ich glaube, dass sie viel Spaß haben. Ich habe das gleiche Gefühl. Ich habe das gleiche Gefühl. Ich glaube, dass sie in der Schweiz sind. Ich glaube, dass sie sehr viel Spaß haben. Es ist wirklich toll. Ich möchte etwas sagen. Ich sage etwas. Ich bin nicht der einzige Flüchtlinge. Ich bin mit meinem Vater. Aber wenn du jemanden der Asile angeht, er kommt, er hat seine Valise. Er hat nichts anderes. Er hat ihn. 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 Nach Tokio fährt Masoma nach Orléans, wo ihre Eltern leben. Wegen ihres Studiums als Bauingenieurin und all dem Training hat sie sie monatelang nicht gesehen. Auch Patrick lebt dort und besucht sie bei der Gelegenheit. Das war's, das war's, dass du dich herzlichen Glückwunsch zu sehen. Du hast uns beeinflusst, und sehr schönes Emotionen. Hallo, wie geht's? Also, fiers de sa fille? Ja, wir sind. Ja, wir sind. Ja, wir sind. Oh, danke. Ich habe den Kade, den T-Shirt der Team. Du machst du mit dem kleinen Messer in Dari, wenn du möchtest. Ah, mit der Signature. Ich bin zwei Städte Dori. Ich bin zwei Städte Dori. Ich bin ein Team. Ich bin ein Team. Ich bin ein Team. Patrick. Ich bin ein Team Patrick. Das ist von der Familie Elizada. Das ist von der Familie Elizada. Danke. Vielen Dank. Ich bin sehr gezwungen. Sehr gut. Meine Frau, meine Frau, ich glaube, es ist ein guter Mädchen. Sie hat nicht gewonnen. Sehr schön. Masomas Traum wurde wahr. Und alle freuen sich mit. Doch erschöpft von dem Abenteuer, will sie sich nun um andere Dinge kümmern. Ich bin sehr gezwungen. Ich bin sehr gezwungen. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich werde vieles machen. Ich werde vieles machen. Danke für die Familie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Masoma und ihre Familie sind gut integriert. Sie leben in Sicherheit. Doch in Afghanistan sind die Taliban wieder an der Macht. Weitere kleine Königinnen sind in Gefahr. Und so geht der Kampf für Thierry und Patrick weiter. »Wielten bows.« »Wielten bows.« »Gliklein.